Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu dieser neuen Folge Roblox Studio Lernen. Heute geht es um Animationen. Und zwar, diesmal geht es um physikalische Animationen. Das heißt, wir haben keinen Code, der irgendwie Animationen vorantreibt, egal ob mit Tween-Service oder festgeschriebener Code. Wir haben rein physikalische Animationen, die rein von der Roblox Physik-Engine berechnet und durchgeführt werden. Oh yeah. Zu physikalischen Animationen gehören natürlich ganz simple Sachen wie Gravitation. Wenn wir einen Part haben, welches ein bisschen höher ist, jetzt mal simuliert durch meinen Charakter und es sich nicht auf einer geänkerten Oberfläche befindet oder auf einem anderen Part, welches sich auf einer geänkerten Oberfläche befindet, dann fällt es runter. Bis es nun mal auf eine geänkerte Oberfläche fällt oder auf irgendein anderes Part, welches auf einer geänkerten Oberfläche ist. Genauso werde ich hier auch weggeschoben, wenn ein geänkertes Part mich zur Seite schiebt. Das sind an sich schon physikalische Animationen. Ich stehe nicht still irgendwo rum, sondern ich werde beiseite geschoben, sofern die Physik-Engine das zulässt. Wenn ich jetzt hier dazwischen stehe, wo das Ding so schnell hin und her geht, ich werde zwar ein bisschen hin und her geschoben, aber es kann auch sein, dass es einfach durch mich durchglitscht, weil es einfach zu schnell ist. In genau diesem Fall ist es dann keine Gravitation, sondern Verdrängung, weil ein Can-Collide-True-Part kann nicht an derselben Stelle wie ein anderes Can-Collide-True-Part sein. Aber diese Animationen sind ziemlich langweilig. Ihr könnt noch sehr viel coolere Sachen mit physikalischen Animationen machen. Ich habe euch ja ein paar Folgen im Vorfeld schon mal gezeigt, abgesehen von Coins, die runterfallen, kann man zum Beispiel auch Feuerwerksraketen machen, die nach oben fliegen. So wie ich es mit diesem Feuerwerkszünder hier gemacht habe, blub, man fliegt halt Feuerwerk nach oben. Und das läuft rein über Roblox Physik. Da ist kein Code drin, der sagt, Rakete fliegt nach oben, Positionen anpassen oder sonst was, sondern einfach nur Rakete aktivieren oder Rakete deaktivieren. Doch wofür braucht man jetzt physikalische Animationen, wenn man doch auch alles scripten kann, wie hier hinten mit dem Train-Service? Einerseits sind physikalische Animationen einfach leichter oder simpler, in der Hinsicht, dass man sie einmal aufsetzen muss, wie zum Beispiel hier haben wir Parts. Wenn ich sie einsammle, werden Kopien davon einfach nochmal weiter oben gespawnt und fallen dann runter. Diese Animation hier passiert von alleine mit dem Fallen. Da muss ich nichts händisch animieren. Andererseits werden gescriptete Animationen dann auch sehr viel komplizierter, wenn man mit ihnen interagieren soll. Zum Beispiel haben wir ja hier unsere Train-Service-Visualisierer. Wenn ich mich hier raufstelle, dann fliegen die einfach unter mir weg. Ich werde nicht mitbewegt, obwohl ich ja mitbewegt werden möchte. Wenn ich wollte, dass ich davon mitbewegt werde, dann müsste ich erstmal checken, weil während diese Animation läuft, ist denn irgendetwas da drauf? Wenn ja, kann man das denn physikalisch bewegen? Dann müssen wir die Geschwindigkeit, die dieses Part hier in dem Moment hat, für jeden Frame dann nochmal auf das Part, das darüber ist, applyen. Das ist ziemlich umständlich. Einfach nur, damit ein Spieler drauf stehen kann. Wenn wir diese Parts jedoch physikalisch animieren würden, und das ist auch möglich, dann würde sich der Charakter automatisch mitbewegen. Und genau deswegen machen wir das auch. Und wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. Denn physikalische Animationen brauchen auf jeden Fall auch Instanzen, die sagen, jetzt soll hier etwas animiert werden. Und zwar nicht nur herunterfallen. Um das fortzuführen, füge ich über den Model-Tab einfach mal einen Part zum Spiel hinzu. Ich mache das Part ein bisschen größer. So, wunderbar. Inzwischen haben wir so viel Zeug im Workspace. Ich glaube, ich räume das mal ein bisschen auf. Naja, so gut aufgeräumt, wie es halt ging. Wir wollen dieses Part jetzt animieren. Was gibt es für Möglichkeiten, ein Part zu animieren? Dafür führe ich euch jetzt erstmal ganz grob ein in Constraints. Im Video über den Model-Tab habe ich die Constraints erstmal außen vor gelassen und meinte, dazu gibt es noch ein weiteres Video. Das Video ist bis heute nie erschienen und ehrlich gesagt passt es auch gar nicht in den Rahmen dieses Videos rein, euch alle Constraints zu zeigen. Aber basically, nehmen wir hier einfach mal ein Part, das nenne ich Part 1 und ein weiteres Part, das packe ich hier hin. Wobei, ich nenne das rechte Part Part 2. Dann haben wir hier Part 1 und Part 2. Ich färbe die auch nochmal ein bisschen um, damit man sieht, Part 1 und Part 2 sehen anders aus. Und diese Parts kann man miteinander verbinden. Sie sind nicht geankert. Und dementsprechend werden sie physikalisch beeinflusst. Und um diese Parts mit Constraints zu verbinden, kann man im Model-Tab bei Beschränkungen oder Constraints auf Erstellen oder Create klicken. Beziehungsweise auf den Pfeil da drunter klicken. Muss dann aussehen, was für einen Constraint man haben will. Ich habe das hier auf Deutsch und ich muss sagen, ich finde es richtig verwirrend, wenn das Zeug auf Deutsch ist, weil die Namen so seltsam sind. Zum Beispiel, ganz wichtig ist, dass man weiß, was ein Weld ist. Und das heißt auf Deutsch Kopplung. Auf Englisch heißt es Weld und ich glaube, ich stelle Studio gleich mal wieder zurück auf Englisch, weil das hier geht für mich überhaupt nicht. Wenn ich ein Weld erstelle, also eine Kopplung, ich wähle beide Parts aus, klicke auf Kopplung, dann wird in einem der beiden Parts ein Weld-Constraint erschaffen. Mit Part 0 ist Part 1 und Part 1 ist Part 2. Und ein Weld-Constraint sagt einfach nur, dass diese Parts miteinander zusammenhängen. Und zwar genau in dem Abstand und der Orientierung, die sie zueinander sich gerade befinden, bleiben sie fest verankert. Sie bleiben zusammengeschweißt. Ich könnte das eine Part in das andere Part reinpacken. Und solange im Weld-Constraint Part 0 und Part 1 sind, und das Weld-Constraint kann sonst wo liegen. Es ist egal, wo dieser Weld-Constraint ist. Hauptsache, er wird mit den Parts im Workspace auch mit repliziert. Deswegen ist es auch sinnvoll, den Weld-Constraint auch in einem der Parts zu haben oder zumindest im gleichen Model. Aber theoretisch könnte der Weld-Constraint auch einfach so lose im Workspace liegen. Ich nehme jetzt beide Parts und ziehe sie nach oben. Und wenn ich dann auf Run klicke, fallen sie herunter und bleiben zusammenstecken mit diesem schönen Z-Fighting hier. Sie fliegen nicht auseinander. Wenn wir den Weld-Constraint nicht hätten, ich lösche ihn jetzt einfach mal. Wo die Animation nochmal ausfüllen, blub, springen sie auseinander. Aber der Weld-Constraint sagt, die beiden Parts, sie kollidieren jetzt nicht mehr zusammen. Die sind zusammengeschweißt, sie sind eine Einheit. Beide Parts sind das gleiche. Das macht der Weld-Constraint. Und das funktioniert, ob die Parts jetzt zusammen sind oder getrennt voneinander sind. Sie gehören einfach zusammen. Wenn ich jetzt das Part hier auch noch zusätzlich drehe und das ausführe, seht ihr, blub, die gehören eindeutig zusammen. Hier ist eine unsichtbare Linie dazwischen. Und diese unsichtbare Linie könnt ihr euch visualisieren, indem ihr im Model-Tab bei Beschränkung hier rechts auf dieses Symbol klickt, Kopplung anzeigen, Alt-W, blub, dann wird der Weld-Constraint angezeigt. Zusätzlich gibt es noch andere Beschränkungsdetails, die man sich anzeigen kann. Klicke ich auch mal an, dass sie eingeblendet werden. Gibt es aber gerade nicht. Und man kann die Größe anpassen. Ich kann es auf 1,5, 4, 5, 6, einfach damit man es größer sieht. Oder man kann es auch wieder kleiner machen. Ich lasse es mal bei 2, damit ihr es im Video halbwegs gut seht. Roblox Studio hat ein neues Beta-Feature rausgebracht, mit dem es leichter sein soll, einige Beschränkungen zu Parts hinzuzufügen und deren Ankerpunkte, sag ich mal, entsprechend anzupassen. Bei so einem Weld gibt es keine Ankerpunkte. Die Parts gehören einfach zusammen. Deswegen kann man im Weld-Constraint, welcher hier jetzt in Part 2 drin liegt, auch nur Part 0 und Part 1 auswählen. Und die beiden Parts, die hier ausgewählt sind, die gehören halt einfach zusammen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das möchte ich euch auch einmal zeigen, um vielleicht ein bisschen Kreativität anzuregen, und wenn ich auf hier spielen gehe, blub, und jetzt als Client sage, ich möchte gerne diesen Weld-Constraint hier nehmen und duplizieren und wähle dann diesmal nicht Part 2, sondern, stell mich mal hier so hin, ich wähle stattdessen neben Part 2 einfach Roblox Conny, Human-Ord-Root-Part aus. Dann sind wir jetzt hier auch zusammen geweldet und wenn ich laufe, muss ich diese Parts hinter mir herziehen. Und ihr seht, wir sind halt eine Einheit. Das ist ziemlich schwer und die Bewegungsgeschwindigkeit von meinem Charakter wird auch beeinflusst von diesem zusätzlichen Gewicht. Ich könnte jetzt dieses Part nochmal anheben. Dadurch wird der Abstand nochmal ein bisschen angepasst, weil ich jetzt die Position beeinflusse, ohne den C-Frame zu beeinflussen. Wenn man den C-Frame anpasst, was passiert, wenn ich mich bewege? Dann bewegt sich der Rest der Assembly, weil so sagt Roblox zu der Gemeinschaft von Parts, die mit Constraints miteinander verbunden sind, Assembly. Und wenn man den C-Frame bewegt, dann bewegt sich die gesamte Assembly mit. Und wenn man nur die Positionen überschreibt, dann überschreibt man halt auch wirklich nur die Positionen, unabhängig von der Assembly. Deswegen musste ich ja bei den Treen in der letzten Folge auch den C-Frame Treenen und nicht einfach nur die Positionen. Nochmal zum Thema Assembly. Eine Assembly ist mein Charakter. An sich ist eine Assembly, weil der besteht auch aus einzelnen Parts. Head, Left Foot, Left Hand und so. Die sind alle verbunden mit Motor 6Ds, was auch Constraints sind. Aber das sind nochmal andere Constraints, die relevant sind für Animationen, die wir in der nächsten Folge behandeln werden. Aber sie sind auf jeden Fall miteinander verbunden und dementsprechend ist der gesamte Charakter eine Assembly. Und durch den Weld habe ich jetzt Part 1 und Part 2 zu der Assembly hinzugefügt. Und deswegen bewegen wir uns auch alle gemeinsam. Wir sind eine Assembly. Eine Familie. So. Jetzt aber genug über Welds gesprochen. Ich möchte euch Animationen zeigen. Dafür nehme ich jetzt einfach mal Part 1 und ich anchor Part 1. Dann mache ich den Weld hier weg und füge einen Hinge Constraint hinzu. Bevor ich das mache, aktiviere ich einfach mal das Beta-Feature. Ich habe Roblox Studio neulich neu installiert und alles ausgeschaltet. Deswegen sind bei mir die meisten Beta-Features aus. Und aktiviere Verbessertes Beschränkungstool. Damit nutzen wir die neuen Verbesserungen an den Dragern auch für die Constraints. Gehen wir immer auf Speichern. Müssen dann eventuell neu starten und vorher speichern wir. Das heißt, ich sage später neu starten. Gehe immer auf Speichern. Und dann kann ich Roblox Studio neu starten. Roblox Studio ist neu gestartet. Und jetzt gehe ich nochmal in den Model-Tab unter Erstellen und wähle aus Scharnier oder Hinge. Ich habe es immer noch nicht auf Englisch gestellt. Aber wenn ich Hinge auswähle, habe ich jetzt die Möglichkeit, irgendwo in der Welt hinzuklicken. Und ihr seht, ich kann an dieses Part ein Attachment platzieren. Ich platziere das Attachment jetzt hier unten an dieser Kante. Ich mache einen Linksklick und es ist platziert. Und dann habe ich die Möglichkeit, das nächste Attachment zu platzieren. Und ich entscheide mich jetzt auch hier für diese untere Kante bei dem Part. Diese Parts sind jetzt miteinander verbunden. Ich drücke 2, um das Tool wieder abzuwählen. Ich aktiviere die Beschränkungsdetails mit Alt D. Und wir sehen jetzt hier, ist ein Scharnier entstanden. Oder ein Scharnier ist wie ein echtes Scharnier oder ein Hinge. Einfach nur ein Constraint, der einerseits Sachen zusammenhält und andererseits die Möglichkeit bietet, dass ich etwas rotieren kann auf einer einzigen Achse. Wenn ich das jetzt ausführe und vergesst nicht, das Part hier ist nicht geankert, das Part ist aber geankert, dann, wlupp, snappen die Parts zusammen. Und zwar genau dort, oder genau an den Stellen, an die ich diese Attachments platziert habe. Als ich Linksklick gemacht habe, wurden bei den einzelnen Parts Attachments platziert. Hier sehen wir Attachment 1 bei Part 2. Dann haben wir hier ganz viele Part 1s, aber das ist das Richtige. Und da sehen wir Attachment 0 bei Part 1. Und die sind an derselben Position, aber mit einer unterschiedlichen Rotation, weil sie können sich rotieren. Jetzt wollen wir aber nicht, dass diese Parts so ineinander hängen und so komisch rotieren. Wir wollen, dass das Part wie eine Klappe an dem Part dranhängt und runterflappern kann. Und deswegen können wir hier nochmal raufklicken und das Attachment drehen. Also drücke ich 4 und drehe das Attachment um 90 Grad, dass der gelbe Pfeil die X-Achse nach oben zeigt. Außerdem drehe ich das Part einfach mal so, hier um 90 Grad, dass die Y-Achse zur Seite zeigt. Das ist immer noch nicht richtig rum für unseren Zweck, was man auch an der Orientierung von diesem Hinge Constraint Visualizer dort sehen kann. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, euch zu zeigen, dass man durch die Rotation der Attachments die Ausrichtung des Constraints beeinflusst. Gleichzeitig mache ich dasselbe mit dem anderen Attachment. Also klicke ich das Attachment an, drücke STRG L, damit ich zu den lokalen Koordinaten wechsel und drehe es wieder hier auf der Z-Achse, damit die X-Achse nach oben zeigt, vom Part aus gesehen. Drehe das Ding dann auch noch einmal so. Und wir führen das Ganze einmal aus, indem wir sagen, ausführen. Und sie hängen jetzt aneinander. Aber wir sehen, ah, es geht jetzt nach links und rechts. Wir wollen aber eigentlich, dass es nach oben und unten flappert. Also drehen wir das einfach mal so, dass die X-Achse zur Seite zeigt. Weil jetzt sieht das auch schon eher aus wie ein Scharnier, welches sich so drehen kann. Und hier machen wir das Gleiche, drehen das auch noch einmal so, führen das Ganze aus und blub, wir haben unser Scharnier. Und die Parts hängen genau an der Kante, an der sie hängen sollen, aneinander. Und es flappert hin und her. Das ist eine Animation. Diese Animation ist immer noch angetrieben durch Gravitation. Aber dadurch haben wir jetzt schon mal die Basis geschaffen für etwas, was wir gleich viel besser kontrollieren können. Ich wähle noch einmal aus hier spielen, um hier zu sein. Und wir sehen, ich kann jetzt auch als Spieler mit diesem Part interagieren. Wir haben jetzt praktisch eine Katzenklappe erschaffen. Eine Katzenklappe, die ziemlich viel schwingt. Und vielleicht auch interessant, die Parts sind ja jetzt in einer Assembly zusammen, und zwar direkt miteinander verbunden. Es ist nicht so, dass alle Parts in einer Assembly nicht miteinander kollidieren können, aber viele Parts, die direkt miteinander zusammenhängen, können tatsächlich nicht miteinander kollidieren. Einfach nur, damit solche Animationen hier nicht die ganze Zeit komisch rumlegen, weil da irgendwelche Kollisionen detected werden, die gar nicht da sind. Wir sehen auch, dass die Parts nicht perfekt zueinander aligned sind. Und das können wir anpassen, indem wir das Attachment einfach anders positionieren. Aber leider ist es noch nicht möglich, so perfekt hier in die Mitte zu snappen. Deswegen können wir auch an das Attachment gehen und uns die Position anschauen. Die Position ist 4, minus 0,5 und 0,25. Was ist, wenn ich 0,25 zu 0 mache? Wlupp, das sieht doch gut aus, oder? Gut, dann gucken wir uns einfach hier das Attachment an und da haben wir 4 und minus 0,5 und 0. Und das sieht ja eigentlich auch ganz gut aus. Wenn wir das jetzt noch einmal ausführen, wlupp, hängen die tatsächlich perfekt aneinander. Bei diesen Visualisern gibt es auch einige Sachen, die man beachten kann. Einerseits haben verschiedene Arten von Constraints verschiedene Formen. Zum Beispiel ein Hinge Constraint sieht so aus. Ein Attachment hat immer zwei Pfeile, die einen zeigen. Das hier ist die X-Achse und das hier ist die Y-Achse und manchmal zeigt euch ein Constraint auch so eine rote Linie an. Und das ist eine Warnung und zwar, dass die Rotation der X-Achse von den Attachments nicht übereinstimmt. Warum? Weil dieses Part hier rotiert ist. Wenn wir das Part jetzt gerade rotieren wollen würden, was ich nicht kann, dafür gehe ich einfach mal hier auf Orientation, bumm, null, enter, wlupp, dann verschwindet diese Warnung. Warum kam diese Warnung überhaupt erst? Wenn die Achsen von so einem Constraint nicht so allein sind, wie das Constraint ist erlaubt, dann muss das natürlich erstmal angepasst werden. Das heißt, die Parts snappen zusammen. Dabei könnten Sachen schief gehen und vor allem sorgt das auch für initialen Lag. Wenn ihr ganz viele Constraints in eurem Spiel habt, die reingeladen werden und erstmal angepasst werden, dann frisst das ein paar Ressourcen, die tatsächlich irgendwann zu viel werden könnten. Hier haben wir noch eine weitere Warnung, und zwar die Attachments sind nicht an derselben Position. Das können wir auch anpassen, indem ich einfach das Part rüberziehe, wlupp, wlupp, und jetzt sind wir alle Warnungen los und so sollte es tatsächlich auch aussehen. Wenn wir das jetzt ausführen, haben wir keine Warnung, es gibt keinen initialen Lag, es gibt kein Zusammensnappen und es passiert alles genau so, wie wir uns das vorstellen. Eine weitere Möglichkeit, solche Sachen anzupassen, wäre es, die Parts tatsächlich vom Spiel zusammensnappen zu lassen. Das ist aber ziemlich riskant. Ich habe meinen Short darüber gemacht, dass es möglich ist, physikalische Simulationen laufen zu lassen, während man nicht in dem richtigen Spiel drin ist. Dadurch kann man sich aber das ganze Spiel kaputt machen. Zum Beispiel, wenn ihr RunService Doppelpunkt Run ausführt, dann werden nicht nur physikalische Simulationen ausgeführt, sondern es werden auch alle Skripte ausgeführt. Ihr könnt euch damit ein ganzes Spiel richtig hart verschießen. Aber es ist möglich, theoretisch zu sagen, Game Doppelpunkt Get Service Run Service Doppelpunkt Run. Macht das bitte nicht in einem Spiel, in dem ihr zu viel Zeugs drin habt. Wenn ihr sowas macht, macht das bitte nur in einer leeren Baseplate. Ich mache das zum Beispiel nicht. Was ich mal gemacht habe, ist dieses Plugin hier, Simulate Selection, mit dem ich ein bisschen sicherer das Gleiche machen kann. Ich kann hier einen Zeitraum auswählen, 100 Millisekunden, in denen die Simulation ausgeführt werden soll. Und dieses Plugin deaktiviert erst mal alle Skripts, während das ausgeführt wird und aktiviert sie wieder im Nachgang, einfach damit man damit nichts kaputt macht. Das Plugin ist aber auch nicht wirklich das Beste, weil es funktioniert zum Beispiel nicht, wenn ihr Packages in eurem Spiel drin habt. Deswegen gilt auch bei diesem Plugin, sowas solltet ihr auch nur in einer leeren Baseplate machen, wenn ihr da Sachen anpasst. Nicht in einem vollen Spiel, in dem viel Zeugs drin ist. Außerdem funktioniert dieses Plugin auch nicht und auch Run Service Doppelpunkt Run funktioniert nicht, wenn ihr Team Create anhabt, weil dann seid ihr nicht mehr der alleinige Herr über diese Roblox Studio Instanz, sondern ihr seid dann mit einem Team Create Server online verbunden und da könnt ihr nicht einfach Run auswählen. Da müsst ihr dann tatsächlich testen. Also ein weiterer Grund, warum man sowas nicht in einem richtigen Spiel machen sollte, sondern nur in einem kleinen Testplace, in dem man nur diese eine Sache ausprobieren möchte und dann kann man sich das meinetwegen später wieder rüber kopieren. Ich empfehle euch auch nicht, dieses Plugin hier zu kaufen, weil Roblox hat den Plugin Store auf Echtgeld umgestellt. Der Mindestpreis sind inzwischen 5 Euro, man kann es nicht günstig anbieten und ich finde 5 Euro ist das Plugin nicht wert, abgesehen davon kriege ich diese 5 Euro wahrscheinlich gar nicht so leicht, weil ich aktuell noch ein paar Probleme mit der Einrichtung meines Stripe Accounts habe und der Roblox Support nicht sehr hilfreich ist, dabei diese Probleme zu beheben. Ich bin da schon seit ein paar Wochen mit beschäftigt. Aber, weil ich das Plugin habe, werde ich das einfach mal machen. Ich kann Parts auswählen, die ich simulieren möchte, klicke auf Run Simulation und wlupp, für 100 Millisekunden wurden sie animiert, das heißt sie wurden zusammengesteckt und sind auch schon leicht nach unten gefallen. Wenn ich nochmal auf Run Simulation klicke, geht er wieder für 100 Millisekunden weiter. Ich kann auch 1000 Millisekunden, also eine Sekunde machen und dann wlupp, wlupp. Und ihr habt eben auch gesehen, wenn ich Steuerung Z drücke und das nochmal ausführe, Run Simulation, ah gut, jetzt war die Velocity weg, es ging da eben hoch. Ich füge es nochmal für eine Sekunde aus, damit es sich ein bisschen ausdangelt, nochmal Run Simulation und jetzt ist es ziemlich fertig gedangelt. So, damit haben wir unser Part jetzt so offsetet, damit es nicht sehr viel rumflinkt, wenn das Spiel gestartet würde. Wenn ich auf hier spielen gehe, sehen wir jetzt hier unser Part, das ein bisschen rumdangelt und ich kann auch gegenlaufen. Wlupp, funktioniert halt wie expected. Es laggt ein bisschen, liegt aber auch daran, dass gerade das Spiel startet und mein Arbeitsspeicher ziemlich voll ist, dafür, dass dieser Place eigentlich so leer ist. Das liegt einfach daran, dass ich aktuell ein paar Probleme mit Roblox Studio habe. Ich habe ja eben gesagt, ich habe Roblox Studio neu installiert. Ich weiß inzwischen auch, woran es liegt. Es liegt nicht an Roblox Studio, sondern an einem Druckertreiber, der einfach für Probleme auf meinem PC sorgt. Danke, Druckerfirmen. So, weiter mit Animationen. Wir wissen jetzt, wie wir physikalische Animationen beeinflussen können durch Constraints, indem wir Assemblies erstellen, die mit Welts zusammenhängen oder die mit Hinges zusammenhängen und es gibt noch ein paar weitere Constraints. Wie gesagt, werde ich die euch nicht alle zeigen. Ich mache mal hier ein Part 2, dupliziere das, nenne das Ganze dann Part 3, mache es blau und entferne das Attachment. Ihr seht, es gibt auch Kugelverbindungen, das sind also Ball-and-Socket-Constraints. Die sind, die könnt ihr euch vorstellen wie eure Schultern. Es gibt Seile und Federn. Warum Federn? Also stimmt, die nennt man Federn, oder? Springs halt. Federungen. Und, falls ihr einfach nur wollt, dass Parts nicht miteinander kollidieren können, aber trotzdem Kollisionen anhaben, könnt ihr tatsächlich keine Kollisionen in zwei Parts reinpacken. Ihr könnt damit gerne herumexperimentieren. In der Videobeschreibung habe ich auch eine Webseite verlinkt, in der dann all diese mechanischen Constraints einfach mal gezeigt werden, wie sie funktionieren. Ball-and-Socket-Constraint. Wenn man hier die Simulation aktiviert, fängt er an so. Hinge habe ich euch schon gezeigt. Es ist halt einfach eine Hinge, die dann hier am Ende einfach runterfällt und dangelt. Cool. Und dann gibt es noch ein paar richtig abgespacede Sachen, wie Prismatics, Cylindricals oder der Universal Constraint. Aber was wir hier auch schon sehen ist, das hier sieht nicht aus wie eine Bewegung, die einfach so passiert, weil zwei Parts zusammenhängen. Es ist möglich, bei einigen dieser Constraints, leider nicht bei allen, die in Motoren umzuwandeln. Ihr könnt diesen Hinge-Constraint auswählen und habt ihr nicht nur Attachment 0 und 1, die dafür da sind, um halt mit diesen Attachments zu sagen, wo genau diese Hinge ist, sondern ihr könnt bei dem Scharnier, bei dem Hinge, den Acturator-Type ändern, von Non auf Motor oder auf Servo. Außerdem, mache ich das mal wieder auf Non, gibt es Limits Enabled und ihr könnt sagen, es darf maximal so und so weit gehen. Zum Beispiel, Lower Angle ist maximal 0 Grad, das heißt, es soll nicht überschlagen an dieser Stelle. Upper Angle ist maximal 90 Grad und das wird auch hier visualisiert. Es kann sich jetzt nur noch in diesem Bereich befinden. Wenn wir das realistisch haben wollten, würden wir sagen, 180 Grad, das heißt, es kann maximal hier hoch gehen und Lower Angle minus 90 Grad und es kann maximal dorthin gehen. Dann haben wir dafür gesorgt, dass das Part nicht mehr in das andere Part reinklippen kann, aber trotzdem noch das maximale Momentum hat. Geh nochmal auf hier spielen, lauf hier hin und blup, oh ne, nein, nein, doch nicht. Ich habe es kaputt gemacht. Es kann sich nicht über dieses Limit hinaus bewegen. Habe ich das nicht aktualisiert? Maybe. Schauen wir mal nach. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Es ist jetzt da drin und theoretisch müsste man dann dieses Attachment doch nochmal drehen, damit das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ja, jetzt funktioniert das, weil ich das andere Attachment nochmal drehen musste. Da hat er nämlich eben auch schon wieder rumgemeckert. Da waren rote Zeichen. Ich drehe es mal wieder zurück, dahin, wo es eben war. Wlupp. Wenn wir jetzt den Hinge auswählen, sehen wir hier diese Pfeile, die sagen, Secondary Axis Y auf Attachment 1 stimmt nicht mit den Limits überein. Das heißt, wir können jetzt hier wieder Attachment 1 wählen, drehen die Achse um, wlupp, wlupp und jetzt gibt es diese Warnung nicht mehr. Das heißt, man muss da echt viel beachten und braucht ein gutes dreidimensionales Verständnis, um gut mit diesen Constraints klar zu kommen. Aber sie ergeben tatsächlich alle Sinn, wenn man sie dann vollständig verstanden hat. Das ist wirklich eine Sache, da könnt ihr Ewigkeiten mit rumspielen und auch richtig coole Sachen machen. Ich habe neulich auf Twitter ein Video von Slytnik gesehen, wie er einen Helikopter gemacht hat, der nur mit solchen Constraints und Aerodynamic Forces funktioniert. Denn in Roblox gibt es auch ein neues Feature und zwar Wind und Einfluss von Wind und Luft auf Parts. Jetzt kommen wir aber mal zu Motor und Servo. Stellen wir das Ding hier erstmal auf Motor. Was passiert, wenn wir einen Hinge Constraint Actuator Type auf Motor stellen? Dann haben wir eine Angular Velocity, eine Motor Max Acceleration und eine Motor Max Torque. Stellen wir mal die Max Acceleration auf 5, die Angular Velocity auf 1 und Max Torque stellen wir mal auf 1. Wir führen das Ganze aus und nichts passiert. Wir haben die Werte ziemlich niedrig gestellt. Stellen wir jetzt einmal bei diesem Hinge Constraint die Angular Velocity auf 2, die Max Acceleration auf 10 und die Max Torque auf 10. Passiert immer noch nichts. Max Torque auf 100? Auch noch nichts. 1000? Auch noch nichts, aber es scheint schneller zu wackeln, oder? Stellen wir sie mal auf 10.000. Ihr seht jetzt, da scheint es eine Kraft zu geben, die das Part in diese Richtung bewegt. Ein Motor, der das Part im Uhrzeigersinn, also linksrum, von hier aus gesehen, bewegen möchte, aber die Gravitation arbeitet dagegen. Wenn wir die Angular Velocity jetzt auf 5 stellen, passiert immer noch nichts, weil die Angular Velocity ist die Geschwindigkeit, die wir anstreben, in der der Motor den Hinge Constraint drehen soll. Die Max Acceleration ist die maximale Beschleunigung, also um die Einheiten zu erklären, Angular Velocity wäre in dem Fall ein Radiant pro Sekunde und Max Acceleration wären in dem Fall dann 10 Radianten pro Sekunde zum Quadrat, weil Beschleunigung wird ja mit Strecke pro Zeit zum Quadrat angegeben. Radianten sind eine Einheit, mit der man Winkel angeben kann und die lernt ihr auch in der Schule, wenn es um Trigonometrie geht, glaube ich. Wird nämlich viel benutzt, wenn es um Sinus, Cosinus, Tangens und so ein Kram geht. Können wir auch auf 50 stellen, können wir aber auch auf 1 stellen. Die Max Torque ist der Drehmoment und das ist in dem Fall einfach wie stark dieser Motor, den wir uns hier einfach vorstellen, arbeiten muss, um genau diese gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Und ihr seht, der Drehmoment muss schon ziemlich hoch sein. Wenn wir das jetzt einfach mal mal 10 rechnen, dann funktioniert es tatsächlich endlich und das Part dreht sich ganz nach oben und sobald es hier angekommen ist, hat es halt das obere Limit erreicht und das war es. Wir können jetzt die Angular Velocity auf minus 1 stellen und es dreht sich langsam zurück. Oh, ich habe das Limit wohl doch ein bisschen falsch eingestellt. Stellen wir Angular Velocity nochmal auf 1 und dann können wir hier nochmal mit den Limits herum experimentieren. Vielleicht war minus 90 nicht das Richtige. Stellen wir es mal auf 0 und dann nochmal auf minus 1 und jetzt ist es scheinbar richtig. Okay. Ach übrigens, Restitution ist sowas wie Elastizität, wie es bouncen soll, wenn es am Ende des Limits ankommt. Und wir können halt nicht nur 1 nehmen, sondern wir können auch sagen 10 pro Sekunde und dann dreht sich das schon etwas schneller, aber immer noch mit einer Beschleunigung von nur einem Radianten pro Sekunde zum Quadrat. Dementsprechend stelle ich die Beschleunigung jetzt mal auf 5, damit wir auch ein bisschen näher an die Max-Geschwindigkeit rankommen. Und es geht sogar ein bisschen rein. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie Restitution sich verhält, wenn wir das auf 1 stellen. Denn das ist ein Wert von 0 bis 1 und 1 bedeutet, es bouncet richtig fett. Also wenn ich die Geschwindigkeit jetzt auf bis zu 20 Gradianten pro Sekunde stelle, Beschleunigung auf 5 lasse und die Restitution auf 1 habe, dann dreht sich das erstmal bis zum Limit und bouncet dann wieder zurück und bouncet dann wieder zurück und bouncet dann wieder zurück. Und damit haben wir jetzt eine durchgehende Animation durch einen Motor geschaffen. Was man natürlich auch machen kann, wenn man einfach nur möchte, dass sich etwas die ganze Zeit dreht, kann man Limits Enabled ausschalten und dann dreht sich das die ganze Zeit. Und zwar bis es die maximale Geschwindigkeit von 20 Gradianten pro Sekunde erreicht hat. Dreht sich das, ist ein bisschen schnell, stellen wir es mal runter auf 10, ist auch ordentlich. Dann machen wir das mal auf 5 und wir haben hier auf jeden Fall jetzt unsere erste physikalische Animation. Und warum ist es eine physikalische Animation? Anders als bei einem Twin kann man sich einem physikalisch animierten Part einfach in den Weg stellen. Und mich schiebt sie noch weg, weil der Motor stark genug ist, um mich zusätzlich auch noch zu bewegen. Wenn ich jetzt aber zum Server wechsle und hier beim Hinge Constraint einfach mal eine 0 wegnehme bei Torque und noch eine 0 wegnehme, dann haben wir zu wenig. Gehen wir nochmal rein und schauen uns an, was da passiert. Das funktioniert noch. Wenn ich im Weg stehe, stehe ich aber im Weg. Und dann war es das auch und dann kämpft er auch schon mit der Gravitation. Es sind physikalische Animationen, weil man physikalisch damit interagieren kann, gegen Pole liefern kann und das Wichtigste, Parts, die physikalisch animiert werden, werden nicht nur von anderen Parts in der Umgebung beeinflusst, sondern sie beeinflussen auch andere physikalisch beeinflusste Parts. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sind physikalische Animationen auch dann sehr, sehr nützlich, wenn man möchte, dass ein animiertes Part Einfluss auf andere physikalisch beeinflusste Parts in seiner Umgebung hat. Und so konnte ich halt eben, als sich dieses Part nach oben bewegt hat, auch mit meinem Charakter mit nach oben bewegt werden, während man bei einem Threen immer so ein bisschen durchglitschen und dann wieder hoch laggen würde, weil man ja nicht in einem Part drin sein kann. Wenn wir hier jetzt nochmal die Motor Max Torque runterstellen, auf sagen wir mal 20.000, dann ist es gerade so stark genug, um mich noch irgendwie zu halten, aber auch nicht so wirklich. Wenn ich runtergehe, kein Problem, dann bewegt sich wieder nach oben, bounced natürlich wieder weg, weil wir da ja eine Restitution eingestellt haben, weil wenn ich hier raufsprengen die ganze Zeit, dann applique ich auf jeden Fall eine Force und hier hinten ist meine Hebelkraft auch stärker als hier vorne, weil physikalische Gesetze. Längerer Hebel, mehr Kraft, kürzerer Hebel, weniger Kraft. Und sowas ist einfach mit gescripteten Animationen nicht sehr leicht, beziehungsweise ziemlich umständlich umsetzbar. Natürlich kann man alles scripten, aber wollt ihr das hier alles scripten, wenn ihr einfach nur ein Hinge-Constraint hier reinklatschen könnt und der funktioniert dann? Natürlich gibt es ein paar komische, lustige Situationen wie das hier. Aber dafür muss man halt seine Constraints anständig anpassen, dass sie immer die richtige Kraft haben. Eine wichtige Best Practice ist tatsächlich immer, wenn es um Sachen wie Max-Talk geht, wirklich nur maximal so viel Kraft hier reinzupacken, wie auch absolut notwendig ist. Und das wären halt 20.000, wie wir gerade eben in dem Test festgestellt haben. Mehr als 20.000 brauchen wir nicht. Wir können das Ding übrigens auch noch auf Servo stellen, was dann kein Motor ist, der einfach nur in eine Richtung sich dreht, sondern welcher dann einen bestimmten Winkel anstrebt. Und das kann man dann in Kombination mit Script sehr gut nutzen. Ich wähle jetzt einfach mal hier ausführen. Wir führen das Ganze aus, da passiert erst mal nichts. Bei dem Hinge-Constraint stellen wir jetzt auf jeden Fall die Servo Max-Torque auf 20.000 ein, weil wir wissen, dass das eine Torque ist, die passt. Angular Speed stellen wir auf 10 ein. Und ihr seht, es gibt auch keine Acceleration, sondern er bewegt sich da einfach hin und das sieht auch ziemlich smooth aus. Target Angle 0 ist schön und gut, aber was ist, wenn wir 90 Grad haben wollen? Geht er da hin? Die Angular Responsiveness zeigt uns einfach, wie schnell er snapped. Wenn wir die auf 1 stellen und dann sagen, jo, wir wollen jetzt wieder 0 Grad haben, dann ist er langsamer und smoother. Und er erreicht den Winkel auch nicht so ganz. Er hat nicht ganz diese 0 Grad erreicht. Wenn wir hier nochmal Max-Torque erhöhen, dann kommt er der ganzen Sache schon etwas näher. Aber die Responsiveness lässt es einfach nicht zu. Stellen wir sie mal auf 10 hoch und dann geht er auch tatsächlich hoch, ziemlich nah an den Target-Winkel ran. Ich stelle die Max-Torque wieder runter auf die 20.000, weil wir nicht mehr brauchen und stellen hier dann einfach mal 145 ein. Und er geht auf den Winkel 145. Und das ist super nützlich, wenn ihr eine Hinge mit Scripts kombiniert. Ich habe in einem Tutorial, in dem ich gezeigt habe, wie man Sachen upgradet, ja ein paar Kanonen gehabt und diese Kanonen haben nur bestanden aus zwei Hinge-Constraints, die auf Servo gestellt waren und ein Script rechnet den Winkel aus, den beide Hinge-Constraints haben müssen, damit die Kanone das Ziel trifft. Und diese Servo-Hinges haben den Rest automatisch gemacht, dass es einfach geil aussah. In dem Tutorial zeige ich aber nicht, wie ich die Kanonen gemacht habe. So, jetzt sind wir ausführlich genug auf Welts und auf Hinges eingegangen. Was die anderen Constraints angeht, probiert euch selbst aus. Da gibt es viele Sachen, die ihr noch entdecken könnt und viele Dinge, die möglich sind. Ich zeige euch jetzt aber noch die Kategorie, die wir hier unten haben und das hier sind die Mover-Constraints. Das sind Constraints, die nicht dafür da sind, dass irgendwas miteinander verbunden wird und sich entsprechend ausrichtet. Das sind einfach nur Constraints, die eine Kraft oder eine Bewegung in irgendeiner Art und Weise auslösen. Und damit kann man dann tatsächlich animieren. Beispielsweise können wir in dieses Part einfach mal eine Vector Force, eine Vektorkraft hinzufügen. Klatschen wir hier hin, Klick. Wenn wir sie auswählen, sehen wir hier, haben wir einfach nur so einen Pfeil. Oh, ich sehe auch gerade, ich habe meine Visualizer gar nicht mehr an. Ich mache die mal an, dass wir wieder alle sehen können. Wir haben hier einfach einen Pfeil, der in diese Richtung zeigt und bei der Vector Force können wir einstellen, Force ist ein Vector 3 Wert von 1000 0 und 0. Stellen wir das mal auf 10 0 und 0. Führen wir das Ganze aus und es passiert nichts, weil 10 ein bisschen zu wenig ist. Wir wissen ja, hier brauchen wir ja schon 20.000 Torque, also Drehmoment, damit sich das Ding drehen kann. Drehung ist natürlich nicht das gleiche wie Bewegung, aber stellen wir das jetzt mal auf 100, passiert nichts. 1000, passiert nichts. 10.000 und wlupp, 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 es fliegt weg. Schnell 0, zurück. Okay, 10.000 sorgt dafür, dass sich das ordentlich bewegt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, es ist einfach nur eine Kraft, welche von diesem Attachment aus in eine Richtung wirkt. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Attachment hier nehmen und hier an diese Kante ranschieben, dann noch ein Attachment nehmen und es hier an diese Kante ranschieben und einfach mal drehen, dass es genau in die andere Richtung guckt und nach unten schieben. So, dann die Vector Force hier nehmen, duplizieren, und dann sagen, jo, das ist das Attachment, das ist das Attachment und beide kriegen jetzt einfach eine Force von, sagen wir mal, 2000, wlupp, noch nicht stark genug. Okay, ich drehe das Part einfach mal um und wuuuuh, es wird zu einem Beyblade, weil wir jetzt zwei Kräfte haben. Eine Kraft wirkt in diese Richtung nach unten, die andere Kraft wirkt in diese Richtung nach oben und zwar mit einer Vector Force von 2000. Stellen wir es mal auf 4000, wlupp, und jetzt flinkt das weg und zwar die ganze Zeit und es wird nicht aufhören zu pflegen, solange wir die Vector Force nicht disablen. Enabled, disabled. Genauso können wir aber auch sagen, jo, wir wollen hier zwar ein Tier 0 haben, aber zum Beispiel auf der Y-Achse 220 haben, weil die Y-Achse, die ist ja in beiden Fällen die gleiche. Das heißt, hier bräuchten wir theoretisch nicht 2000, sondern nur 1000, um eine Kraft von 2000 in diese Richtung zu haben. Reicht aber tatsächlich nicht, um das Part zu bewegen, weil es gibt natürlich Reibung zwischen den Parts, die überwunden werden muss. Nehmen wir mal 1500, auch nicht genug. Okay, 2500, auch nicht. Okay, krass. Also ich habe Enabled gar nicht an. Ich habe mich schon gewundert. 1000 und Enabled und dann funktioniert es auch. Okay, zurück, dann sagen wir mal Minus 500. Kommt noch nicht zurück. Okay, Minus 700. Will immer noch nicht kommen. Minus 900. Ja, jetzt bewegt es sich langsam in die Richtung. Minus 900, um die Reibung zu überwinden und es bewegt sich einfach weg. Machen wir wieder Enabled aus und stellen das Ganze auf 500 hier und 500 da. Und Enabled passiert noch nicht so viel. Aber ihr seht halt, man kann einen Vektor angeben, Vektor Force, in welche Richtung eine Kraft angewandt werden soll zu einem Attachment. Das kann man nutzen, um Parts zu animieren und wenn dieses Part jetzt zum Beispiel mit diesem Part hier verbunden wäre und ich nehme da jetzt einfach mal ein Seil. So, machen wir hier ein Seil, da ein Seil, blub, jetzt haben wir ein Seil, welches die Parts miteinander verbindet. Ich führe das aus und es hängt zusammen. Das Seil ist unsichtbar, aber einige Constraints kann man sich auch anzeigen, dass man sie sieht. Zum Beispiel kann ich hier auf Part 1 gehen, diesen Rope Constraint auswählen und Visible anstellen und dann kann man das Seil tatsächlich sehen und das sehen dann auch Spieler in dem Spiel. Wenn wir jetzt hier bei der Vektor Force sagen, möchte eine Vektor Force von 1200 haben, hat sich ein bisschen bewegt, reicht aber offenbar nicht. 1600 reicht auch. 2.000? 2.600 reicht, damit sich das Part in diese Richtung bewegt. Und wenn wir das jetzt auf Minus stellen, minus 2.600, wlupp, geht es auf einmal in diese Richtung. Das heißt, wenn man einerseits Mechanical Constraints kombiniert mit Mover Constraints, die ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt habe, hier sehen wir alle Mover Constraints und was sie machen mit Erklärungen und Videos dazu, dann kann man eigentlich alles Mögliche machen. 2 Mover Constraints werde ich euch jetzt noch einmal zeigen, die ich häufig für zum Beispiel Sachen wie bewegliche Plattformen nutze. Dafür erstelle ich einfach mal hier ein Part. Das ist jetzt unsere Plattform. Ich füge zu dieser Plattform ein Attachment hinzu. Das bleibt auch einfach in der Mitte. Man kann Attachments natürlich hinziehen, wo man will. Die sind immer relativ zu diesem Part ausgerichtet. Das bleibt jetzt aber einfach mal in der Mitte. Ich füge zu diesem Part einmal Align Orientation und Align Position hinzu. Und das sind beides Mover Constraints, die dafür sorgen, dass die Position von dem Attachment 0, das wir hier auswählen, deswegen wähle ich hier einfach mal Attachment 0 ist gleich dieses Attachment aus, an einer bestimmten Position und ausgerichtet in eine bestimmte Orientation verläuft. Man kann bei beiden jeweils den Mode auf One Attachment umstellen und könnte dann Sachen coden. Zum Beispiel bei Align Position könnte ich jetzt sagen, die Position, die wir haben wollen, soll schon die Position von der Plattform sein. Also nehme ich einfach mal das Part, kopiere mir die Position und gehe bei Align Position rein und sage dann Position ist gleich das. Orientation soll auch Standard Orientation bleiben. Und ich gehe auf Ausführen, um euch einfach mal während des Spiels zu zeigen, was Änderungen hieran machen. Und ich empfehle euch auch, wenn ihr euch noch nicht so genau auskennt mit Constraints, einfach mal auf Ausführen zu gehen und dann live Sachen anzupassen. Und wenn euch etwas gefällt und ihr euch nicht alle Einstellungen merken könnt, könnt ihr natürlich auch einfach den Constraint, wie ihr ihn habt, kopieren mit STRG C, B stoppen und dann mit STRG Umschalt V wieder einfügen. Wir stellen jetzt mal die Position nicht auf 0,5, sondern auf 2. Wlupp und das Part bewegt sich nach oben. Wir stellen sie mal auf 20. Wlupp und das Part bewegt sich jetzt nach oben an Position 20. Egal wo das Part ist, Align Position sorgt dafür, dass es sich an die Position bewegt, die man einstellt. Und zwar entweder des zweiten Attachments, wenn man True Attachment wählt, oder die Position, die man hier bei Position einstellt, wenn man One Attachment als Mode auswählt. Orientation ist genau das Gleiche. Man hat eine angestrebte Orientation in Form eines C-Frames tatsächlich. Und da gebe ich jetzt einfach mal 90 ein für die Y-Achse und es sollte sich auf der Y-Achse jetzt um 90 Grad drehen. Enter und Wlupp, hat sich um 90 Grad auf der Y-Achse gedreht. Nehmen wir mal die Z-Achse, welche in diese Richtung zeigen sollte. Das heißt, es sollte sich jetzt um 90 Grad aufstellen und Wlupp. Ja, hat es, aber ich habe es tatsächlich falsch eingeschätzt, weil wir auch die Y-Achse gedreht haben. Die müsste so sein. Dann haben wir tatsächlich die Orientierung, die ich mir gewünscht habe. Man kann aber die Align-Orientation einfach so lassen, wie sie ist und dann sagen, die Plattform ist immer so ausgerichtet. Mit Code und Scripts kann man natürlich alles Mögliche jetzt hier mitmachen. Ich habe mal einen Helikopter damit erstellt, ich habe mal einen Hoverboard damit erstellt. Beide Tutorials sind nicht sehr gut, weil ich damals auch nicht sehr viel Zeit in diese Tutorials gesteckt habe. Ich würde sie nicht empfehlen und würde inzwischen Helikopter und Hoverboards auch sehr anders umsetzen. Aber es ist halt möglich. Und wenn wir jetzt hier ein Script hinzufügen, das Ganze dann Plattform-Script nennen und dann sagen local Post ist gleich Script.parent.alignPosition zum Größermachen für euch. Und dann sagen wir einfach mal localFunction while true do Post.position plus ist gleich Vector3.yAxis erschafft ein Vektor mit den Werten 0,1,0 oder mal 50. Das heißt, wir haben 0,50,0. Das heißt, wir gehen 50 Stats nach oben auf der y-Achse. Task.wait 3 Sekunden. Dann sagen wir auf der z-Achse. Wir wollen uns in diese Richtung bewegen und zwar 200 Stats Task.wait 10 Sekunden Dann sagen wir minus gleich y-Dings wieder 3 Sekunden warten beziehungsweise in dem Fall warten wir einfach mal auch wieder 10 Sekunden Machen wir das auch wieder rückgängig sagen hier dann wollen wir uns minus 200 bewegen Oh, vergessen wir müssen natürlich erstmal wieder nach oben bevor wir uns zurückbewegen Machen wir hier 7 Sekunden da Dings da Bumster da jenes und dann sowas so blub und dann haben wir einen ziemlich hart codeten Loop mit ganz vielen Magic Numbers das ist natürlich jetzt nicht so eine optimale Art und Weise um Sachen zu coden aber das sollte theoretisch funktionieren ich mache hier noch einen Task.wait 7 Sekunden rein am Anfang und jetzt sollte die Plattform eigentlich hochgehen dann nach da gehen runter gehen wieder hochgehen zurückgehen dann hier hingehen und ist immer weiter im Loop denke ich mal wenn ich das richtig im Kopf habe wer weiß wir gehen mal auf hier spielen ich laufe auf diese Plattform rauf und die Plattform sollte sich dann nach 7 Sekunden hochbewegen und mich mitbewegen und das problemlos ihr seht auch oh es ist ein bisschen schnell und tatsächlich in die falsche Richtung das ist ein Problem das ist ein Problem ich habe vergessen dass Look Vector immer negativ von dem Z Vector ist das heißt wir hätten hier tatsächlich bei den 200 immer Minus nehmen müssen oder hier jeweils Minus gleich und das Plus gleich aber ich tausche es einfach mal hier aus so und dann sollte das auch funktionieren wir gehen nochmal auf die Plattform rauf und jetzt sollte das auch funktionieren die Plattform geht langsam hoch und dann schiebt sie sich nach da hinten man sieht die Plattform war so schnell dass ich ein bisschen nach hinten gerutscht bin aber im Endeffekt stand ich immer noch auf derselben Position drauf sie fährt jetzt nach unten klatscht ein bisschen auf den Boden auf und nach ein paar Sekunden sollte sie dann auch wieder hoch gehen und fährt dann wieder zurück an die Ausgangsposition sie überschießt sogar ein bisschen weil sie so schnell ist und dann geht sie auch wieder runter wenn ihr wollt dass es nicht so abrupt ist könnte man bei Align Position dann zum Beispiel sagen Max Velocity ist nicht Infinite sondern maximal 40 Stats pro Sekunde Responsiveness stellen wir auch mal ein bisschen runter auf 5 die Werte sind ähnlich wie die anderen Werte die ich euch schon mal gezeigt habe und jetzt sollte die Plattform nicht mehr so schnell sein und sich auch nicht mehr so abrupt bewegen also fährt sie jetzt langsamer nach oben und sie fährt auch sehr langsam zum Ziel hin hält langsam an und fährt dann irgendwann auch sehr langsam runter immer noch ein bisschen schneller weil die Schwerkraft immer noch mitwirkt aber Align Position setzt sich über die Schwerkraft hinaus und das haben viele Mover gemeinsam dass sie sich gerne über die Schwerkraft hinaus setzen kann man natürlich abschwächen indem man die Max Force verringert als letztes möchte ich euch noch eine Möglichkeit zeigen mit der ihr physikalische Animationen sehr interaktiv in eurem Spiel nutzen könnt ich nehme jetzt einfach mal diese Plattform dupliziere sie mir hier mache sie etwas kleiner und setze auch die Zielpositionen von Align Position kann ich die rüberziehen geht das nein geht wahrscheinlich nicht ist nicht so schlimm ich überschreibe einfach die Zielpositionen jetzt mit der hier und passe das Script an dass die Wartezeiten nicht jeweils nur sehr kurz sind gibt der Align Position auch eine hohe Responsiveness von 15 Max Velocity von 1000 Stats pro Sekunde wenn ich jetzt hier spielen gehe und auf dieser winzigen Plattform mich raufstelle und die dann so wirklich schnell sich bewegt fliegt die immer noch unter mir weg keine Chance darauf stehen zu bleiben aber was ist wenn ich trotzdem fast travelen möchte was ist wenn ich trotzdem eine Plattform ermöglichen möchte auf der Spieler sich so schnell bewegen können erstens ihr habt gesehen die Plattform hat sich gedreht Align Orientation braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr Force oder mehr Torque in dem Fall stellen wir die Torque dementsprechend mal auf 3000 damit die gleich bleibt Align Position bekommt auch ein bisschen mehr Force von 2000 oder 20.000 ist es sogar das ist hoch und das ist 30.000 alles klar und ich füge jetzt zu dieser Plattform einen Seed hinzu ein Seed ist nichts anderes als ein Part auf welches sich Spieler raufsetzen sobald sie es berühren wenn ich jetzt hier einmal Rechtsklick mache Ausrichtungsindikator anzeige dann weiß ich der guckt in diese Richtung und nach oben das heißt wenn Spieler dieses Part berührt wird er sitzen und zwar in diese Richtung schauend und zwar ausgerichtet anhand der Mitte dieses Parts gehen wir auf hier spielen laufe zu diesem Seed und blub wir haben einen Sitz auf dem Spieler sitzen kann wenn ich springe geht er wieder runter halt typisches Roblox Zeug sobald ich den Seed berühre setzt er sich hin kennt man so aus Roblox und diesen Seed kann man natürlich verbinden mit dieser Plattform pack den Seed einfach mal hier hin wie auch gerade die Plattform ist nicht ganz quadratisch den Seed mal aus der Plattform rausgenommen weil es nicht so smart ist Parts in Parts zu stecken da packen wir lieber die einfach zusammen mit Steuerung und G zu einem Model und das nennen wir dann schnelle Plattform so und dann wähle ich jetzt den Seed und die Plattform aus hier auf Model erstellen und Kopplung und jetzt sind sie zusammengeweldet mit einem Weld Constraint ich kann gerne noch einen zweiten Seed nehmen den setze ich dann hier hin drehe den um damit der in die andere Richtung guckt und dann haben wir einmal einen Spieler der auf der Seite in die Richtung sitzt und auf der Seite in die Richtung sitzt zwei Plätze beide sind festgeweldet mit Seed und Plattform beide haben nämlich diesen Weld Constraint hier und bei beiden stelle ich jetzt die Transparency auf 1 und CanCollide kann ich auf Fault setzen CanCurry auch CanTouch lassen wir aber an weil es ist wichtig dass man den Seed touchen kann um ihn zu bewegen und nein ich habe nicht hier spielen gedrückt ich bin nicht schnell genug nein also noch einmal hier spielen dann setze ich mich jetzt einfach hier rauf ich sitze auf der Plattform und wenn die Plattform sich jetzt so blitzschnell bewegt gar kein Problem ich werde einfach mitgenommen weil ich bin jetzt auch mitgeweldet das was ein Seed in der Realität macht ist wenn du dich auf ein Seed draufsetzt erschafft Roblox auch nur einen Weld und verbindet deinen Humanoid Root Part mit dem Seed und da ich festgeweldet bin gibt es auch keine Möglichkeit für mich runter zu fliegen ich bin jetzt eine Assembly mit der gesamten Plattform weil ich eine Assembly mit dem Seed bin und der Seed eine Assembly mit der Plattform ist und so kann man dann sich sehr schnell physikalisch bewegen yeah und das ohne irgendwelche Glitches dass man runter fliegt oh ich war zu langsam nicht so schlimm nach vier ne fünfeinhalb Sekunden vielleicht kommt das Ding wieder zurück setzen wir uns wieder rauf und dann können wir wieder dahin traveln wo wir sein wollen fühlt sich auch gar nicht so schnell an wenn man mit drauf sitzt nicht wahr neben Seeds gibt es aber noch eine weitere Instanz die sehr interessant ist und zwar Vehicle Seeds und Vehicle Seeds verhalten sich genauso wie Seeds nur dass wenn man auf dem Seed drauf sitzt kann man ein Fahrzeug steuern sozusagen man kriegt Steuerelemente sprich wenn man nach vorne läuft dann ändern sich Eigenschaften von diesem Seed zum Beispiel ändern sich Steer und Steer Float und auch Throttle und Throttle Float der Unterschied zwischen Steer und Steer Float ist Steer ist ein Integer also eine ganze Zahl Steer Float sind Float Zahlen das heißt da können Kommazahlen drin erscheinen und Steer ist Deprecated ihr solltet theoretisch immer nur Steer Float verwenden dasselbe gilt auch für Throttle und Throttle Float da solltet ihr eigentlich auch nur Throttle Float verwenden in der Praxis werdet ihr am PC keinen Unterschied merken weil da gibt es nur Minus 1 und 0 und 1 bei Throttle Minus 1 für rückwärts 0 für keine Bewegung und 1 für vorwärts und bei Steer wäre Minus 1 für links 0 für in keine Richtung und 1 für rechts aber auf einem mobilen Endgerät oder mit einem Controller hat man da die Möglichkeit nicht ganz Gas zu geben und da wären dann die Floating Numbers relevant und dann haben wir noch Talk und Talk kann euch theoretisch ziemlich egal sein Talk und Turnspeak haben überhaupt keinen Einfluss darauf was passiert das sind Werte die könnt ihr eintragen und könnt ihr theoretisch später mit euren eigenen Scripts auslesen um dann damit halt das Verhalten eures Fahrzeugs zu beeinflussen soweit ich das richtig verstanden habe konnte man damit früher beeinflussen wie ein Vehicle Seat sich verhalten hat mit Torque Max Speed und Turn Speed aber diese Werte machen nichts mehr diese Logik müsst ihr selber scripten das einzige was Max Speed von diesen drei noch macht ist beeinflussen was die maximale Geschwindigkeit ist die das Tachometer unten auf dem Bildschirm anzeigt also das Heads Up Display das heißt wenn ihr 50.000 Stats pro Sekunde schnell fahrt aber in Max Speed nur 25 eingestellt ist dann habt ihr diese 25 ziemlich schnell erreicht und euer Tachometer ist die ganze Zeit im roten Bereich wenn man dann die Max Speed auf 25.000 hochstellen würde dann wäre es auch im roten Bereich aber immerhin auf den Weg dorthin würde es sich bewegen die Zahl die angezeigt wird bleibt natürlich immer noch akkurat und damit kommen wir auch schon zum Heads Up Display das Heads Up Display ist einfach eine Anzeige auf eurem Bildschirm die euch anzeigt wie schnell ihr mit dem Fahrzeug seid das kann man an oder ausschalten habt ihr bestimmt schon bei manchen Roblox Fahrzeugen gesehen man kann auslesen wer der Occupant ist das ist nur eine Raid Only Eigenschaft die haben auch Seeds Occupant das ist dann nämlich der Spieler der gerade auf dem Seed sitzt oder ist es sogar der Charakter ich weiß es gar nicht findet es selbst heraus ah ne hier steht der Humanoid sogar der gerade auf dem Seed sitzt und wenn man diese ganzen Eigenschaften ausliest und dann zum Beispiel in eine Vector Force reinballert oder irgendeinen anderen Mover Constraint kann man dadurch ein Fahrzeug machen ich werde euch jetzt nicht zeigen wie ihr ein Fahrzeug macht und was für ein Fahrzeug ihr macht ich möchte von euch dass ihr als Hausaufgabe ein Fahrzeug macht und es kann das simpelste sein was ihr wollt ihr könnt einfach nur diesen Vehicle Seed nehmen und in diesen Seed packt ihr eine Linear Velocity rein und wenn bei diesem Sitz hier dann Throttle 1 ist das heißt wenn ich jetzt W drücke seht ihr Throttle geht auf 1 hoch wenn ich loslasse geht es wieder auf 0 runter wichtig ist nur wenn Throttle auf 1 ist dann packt ihr die Linear Velocity auf irgendeinen Wert der positiv ist wenn es negativ 1 ist irgendeinen Wert der negativ ist damit man einfach Gas geben kann oder rückwärts fahren kann dann müsstet ihr noch irgendwie einen weiteren Mover Constraint hinzufügen mit dem man sich drehen kann das könnte ein Torque sein das könnte eine Angular Velocity sein das könnte aber auch Linear Orientation sein das liegt ganz bei euch probiert euch aus mit diesen ganzen Constraints und dann habt ihr euer Fahrzeug und euer Fahrzeug kann ein Auto sein euer Fahrzeug kann ein Flugzeug sein ein Helikopter sein ein U-Boot sein was auch immer ihr möchtet euer Fahrzeug kann halt aber auch einfach nur dieser Seed sein mit dem man sich irgendwie bewegen kann seid kreativ macht was draus bin sehr gespannt was ihr für Fahrzeuge macht wenn ihr ein Fahrzeug gemacht habt könnt ihr gerne ein Video aufnehmen wie sich dieses Fahrzeug bewegt das Video auf meinem Discord Server dann im Roblox Studio Forum im House of Garden Threat einmal post wenn ihr Fragen dazu habt ist der House of Garden Threat auch für euch da das war's mit diesem Video vielen Dank an alle Kanalmitglieder eure Namen sind jetzt hier eingeblendet die nächste Folge wird auch irgendwann kommen und wenn sie kommt ist sie dann hier auch gleich eingeblendet das war's mit diesem Video bis dann und Ciao 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 Ciao